Ich wollte noch in der Vergiftung den Damm wiederbeleben. Ja Kapuze, ich wollte, ich hatte ein Defi schon gekauft, der lag die ganze Zeit vor der Tür. Ich wollte dich erschießen und wiederbeleben schnell. Das wäre wohl nett gewesen. Ja, aber dann wurde ich weggesnipert. Warum? Weil du mir in der Schaukel quäst. Wie sah das aus deiner Sicht eigentlich aus? Weil Kapuze, die flogen ja über Kapuze drüber. Ich habe extra das reingezoomt durch Rifle, also ich habe mich absolut nicht treffen lassen. Und das sah schon ziemlich nice aus, wie das Ding so auf einen zufliegt. Hast du es aufgenommen? Nein. Ach schade. Aber Goro, hast du gesehen, ich war mit dem Stuhl hinter dir schon. Du seid zum Propkill und dann wollen wir es wieder weggelegt. Das ist immer so. So Duck, willst du mich töten? Du dürftest es. Ich würde mich aber freuen, wenn du es nicht machst. Dalu ist es doch bestimmt. Wer ist es von euch? Oh Mann. Ja du Dalu. Wenn du bist es Duck. Ich lege jetzt in eine Brandgranate hin und jeder rennt. Du bist es sicher, dann wäre es sogar noch in Ordnung. Ich gehe dann nicht. Angst, Kapuze. Angst, Kapuze. Du bist es sicher. Oh. Du hast mit dem Zehen weggeschossen. Hilfe. Hilfe. Ab doch die Hecke. Jetzt Blut. Rein ins Vergnügen. Hallo, hallo. Ja, Kier. Du bist doch bestimmt sehr verwestig hier. Eisley, zeig jetzt mal deinen Fahrrad. Lebt Cheego noch? Ja. Das ist der Schildkrötenbombe. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Ich hab keine Ahnung. Liquid ist ein Traitor. Liquid ist ein Traitor. Ich bin doch grad. Du hast die Dirtle-Aid geworfen. Ich schieß Nefi, dass ich will dir ins Gesicht, wenn du weiterhaut bist, ne? Da ist er. Da ist er. Ich hab nämlich gar nichts gemacht. Kapuze ist es. Random dann läuft es. Ja, auf mich wurde die Kanade geschossen. Ist es jetzt Liquid? Nein. Ich glaub, es ist Liquid. Ich bin zu Dalu gerannt und Dalu kam aus dem Fenster gesprungen. Du bist es doch. Dann waren Nefi und Kapuze noch auf dem Spielplatz. Ja, weil irgendwie hat er auf mich die Dings geworfen. Das war's doch du. Du warst da in der Nähe. Nein, war ich echt nicht. Wenn du frisch irgendwas direkt von der Nähe geworfen hast, war's Nefi. Ja, es war direkt neben mir, es explodiert. Nefi ist zurück zum Tardot gekommen. Warte. Ah, was willst du? Weil nur du und Nefi waren auf dem Spielplatz. Du warst auch da. Ja, ich bin aber weggelaufen. Ja, weil du die Turtle-Aid geworfen hast. Genau. Deswegen hab ich auch nicht rot mit den Daumen. Turtle-Aid. Nefi, wo bist du? Schieß dich ab. Du hast mich instant beschuldigt, wo ich nichts gemacht hab. Natürlich, war nur der Letzte, was der da war. Du ein dumm Geschwätz hier, wo bist du? Du dumm Geschwätz, schieß ich dich ab, ey. Ist jetzt jemand tot oder nicht? Wenn mal ist es nett. Try, boy. Eins. Zwei. 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 Oh, geil. Okay, da sind schon viele tot. Hä? Kapuze hätte jetzt mitgemacht, wenn er nicht schon tot wäre. Ich bin doch da. Aha. Kapuzen Jones. Ich bin doch da. Digwit, willst du mich immer noch abschießen? Wer war hier oben und hat mich geschubst? Ey! Traitor. Nefi has confirmed, Leute. Safe call. 100%ig Nefi. Oha, oha. Nefi hat auf mich geschossen. 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 Nefi hat Nefi hat auf mich geschossen. Der Boy! Raus mit dir! Hallo! Klapp über das Fahrrad rein! Das SWAT Team hat zugeschlagen! Er war's geil! Wer war denn das SWAT Team? Kapuze, Goro und wer doch? Ihr habt geschossen! Ihr habt geschossen! 100% Kapuze! Du hast 150% neben dir geschlossen! Ey, warum ich? Ihr habt Ido gebracht! Ja und wie Ido? Der ist mir explodiert! Jetzt lenkt er ab, nachdem er die Taube geworfen hat. Ich bin auch, ich bin der Nächste. Ich versteck mich. Ich hab Juli gekillt übrigens. So ein Quatsch! Goro ist der andere. TauTau, ich hab Fade. Ich hab Juli gekillt. Ich glaub TauTau ist es. TauTau ist beim Detective. Ja, der ist neben Juli gestanden, als sie jemand erschossen hatte. Hey TauTau, warte mal kurz. Ich brauch Backup von dir. Du hast auch die Schildkröten geworfen. Tötet TauTau, Leute! Mav's kommt bei dir, war das, ne? Mav's, Mav's, Mav's! Mav's, 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 Mav's! Er ist unsichtbar! Oh Gott! Du hast auf wen getötet vorhin. Jungs, der geht hoch. Ja, aber weil ja, da du 150% gesagt! 100 nur! Das ist 150. 100! Das ist doch scheiße, gar nicht für Mathematiker! Aber es ist so, es ist so prozentig sicher. Also es ist nicht ausgeschlossen. Aber 100 ist weniger als 150. Ja, es gibt aber nur 100. Shigo ist die andere. Oh Gott. Konfirmen sie doch. Ich hätte jetzt am Ende gedacht, dass da noch ein Traitor ist. Warum denn? Ich hab doch nichts getan. Wer hat die Turtleneid geworfen? Ich. Goro bei. Ich war ja nicht mal Traitor. Ja, hat dir doch einen Traitor gegeben. Ja, Goro und Kapuze ballern da. Kapuze geht. Weißt du, die kommen in den Trucks und ballern mich nieder, ey. Aber du hast von weit weg auf mich geschossen, oder? Ja, einmal so. Das hab ich gesehen. Ja, deswegen hab ich dich da. Ich hab aber Liquid extra gefragt, ob er mich da abschießen will. Oh, wer ist denn da? Das ist allein. Als zurückkam auf dem Platz nur dich und Kapuze gesehen. Ich hab mich geworfen. Wer war das? Wer hat dir geworfen? Ich hab's geworfen. Tautau hat Liquid getötet und und denkt, ich hab das nicht gesehen. Liquid, kannst du das glauben? Was kann wer glauben? Kannst du das glauben? Nee, das ist krass, gell? Unglaublich. Oh, hier, das war ne Anzert. Goruba, ich hab hier nen VLT. Schau mal. Was hast du? VLT-Player. Hey, die führt grad ne Granatekombo. Nein, ich will nicht schweigen. Hey, da los. Hier, gegen den VLT. Oh, Kapuze. Oben oder unten, ne? Oh, schieß ich. Links, rechts. Er wurde von hinten weggesnipert. Ich hab die Schaukel. Da hinten ist Eisley. Ich kann das nicht gewesen sein. Er ist aber genau in meine Richtung gefallen. Von der Baustelle oder so war das. Es ist traurig um Kapuze. Alle Mann zur Seite. Kapuze. Gucken wir mal. So, ich hab DNA. Ja, gut. I, ö, nee. LOL, da hast du mir geschaukelt. Losgeschossen, Goruba. Wenn ich jetzt einen umgebracht hätte, wärst du schon. Hier wird nicht geschaukelt. Da wärst du nicht ein Gericht. Ist ja aus der Hand geschossen. Hier wird nicht geschaukelt. Das ist nur was für kleine Mädchen. Was? Das kommt. Reisley, ne? Ich kann's nicht sein. Die ist komplett zurückgeflogen, ohne kaputt zu gehen. Hast du zu viel geschaukelt? Oh. Die schaukelt hier noch. Schaukeln ist so awesome. Da schaukelt's. Ich hab letztens erst geschaukelt. Oh ja, schaukeln oder was? Ja. Ho, 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 ho. Der hätte fast von Nils sein können. Ja. Besser darin Witze kaputt zu machen, als Witze zu machen. Oh, da ist jemand gestorben hier. Der ist gefallen. Was? Ne, das ist halt was Liquid gekillt. Meine Schaukel hab ich doch noch gar nicht losgelassen. Was? Und wo kam das? Die ist doch hier kaputt gegangen, die Schaukel. Hier. Von Nefi vielleicht. Die ist hier kaputt gegangen. Ledwinger. Liquid ist es. Liquid frei zum Abschauen. Diehst du? Ich hab keinen getönt. Oder Nefi. Ja. Nefi. Nefi. Ihr Penner. Was für ein Bug, ey. Ich hab noch 22 HP. Und es hat keiner geschossen. Ich glaube, es wurde ein Fehler begangen, oder? Ich glaube, es ist Nefi. Nefi, was hast du denn hier für ein Sponsor gesehen? Ja, hier im Busch. Dann ist es Nefi. Kein Difi für Nefi heute. Ich glaube, es ist gut Gaming, ja. Ja, warte. Wir lassen die Schaukel entscheiden. Die Eier schau. Ich glaub, gut Gaming war der Sniper vom Mann, der auf dem Spielplatz rumrennt und Granaten schmeißt. Silents AVP, es ist doch gut Gaming. Die Dienstaufsichtsbehörde ermittelt auch. Silents AVP kann ja immer noch Spieler sein. Im Gelben Haus. Du bist der Einzige mit Grenz, der die benutzt. Im Gelben Haus. Das ist schon mal allein deswegen falsch, weil du, wenn du wirklich Ahnung davon hättest, gesagt hättest, dass Krabs die normalerweise auch benutzt. Ja, aber Krabs ist nicht da. Pass auf! Es ist wahrscheinlich Nefi. Liquid wurde gerade nochmal gehuft. Du gehst mit ihm in dein Zimmer. Der sich übrigens hochgeheilt hat. Echt? Wo ist er denn? Du, ich bin's nicht. Ja, das sagen sie alle. Mach dich weg hier. Ich glaub, gut Gaming ist es, wie gesagt. Ach, cool aus. Boah, der Einsatzkommando. Das ist ne ostliche Täuschung. Das weiß ich nicht. Oh, jetzt schießt's hier raus. Hier ist auch wieder einer tot. Der hat geschossen. Was machst du denn da? Du die rechts. Marv, Marv, hast du geschossen? Du hast geschossen. Warum? Das sagt, äh, sie hat Liquid ruft. Jetzt ist Nefi auf einmal tot. Ich war's nicht. Aber Marv schießt auf mich. Hör auf! Warum schießt du auf mich? Liquid Duck muss auf Warnschutz. Du triffst nicht mal hoch. Der Detective stand auch genau neben. Hier im Poolhaus immer noch. Der Tlanderinger wieder an. Was kommst du hier her? Warum gehst du nicht da hin, Nils, um den zu töten? Marv, der ist das Bischof. Ich bin da. 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 Rein ins Haus. Toto ist es, oder? Nee. Toto ist hier. Oder immer. Toll. Falsche Spur. Da ist auch's. Nee, ne? Ah, hier. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Hier trinkt noch mal einer. Sehr gut. Einmal Detective Call zur Leiche von Liquid. Hier, sie ist bei mir. Und Nils gleich wieder am Start, ja. Nils ist der. Nils ist es. Nils ist es wirklich. Nils ist es halt echt. Oh, der Gorobai. Richtig schlechte Ausbildung genossen, ey. Hey, vor unseren Augen, sag mal. Ey, ich hätte mir jetzt einfach so was von abknallen können, weil ich so was von Recht hatte. Marv, richtig dreimal. Ja. Nils AVP benutzt halt nicht nur ich. Doch, du und Gwenz. Und Gwenz war die Technik. Loll. Loll. Am Fade, ich hatte einen Spider-Man-Gun, bin hochgeflogen und bin am Fade gestorben. Aber wie für'n Arsch. Du bist mit der Leiter, äh, mit der, mit der V-Glamme für Bann gelaufen und ich war auf 22.3 aus dem Nichts raus. Ja, gut. Da kann die jeder benutzen. Aber das ist wahrscheinlicher, dass du oder Gwenzel haben. Nja. Der ist trotzdem, wenn alle Leute noch fast am Leben sind, gibt's so viele, die dafür entfallen kommen. Ja, aber es ist wahrscheinlicher, dass du es dann bist. Du bist ja nicht direkt gestorben. Du hast mich abgeschossen. 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 Den Verdacht zu äußern ist ja normal. Bei der, bei der Silent wird also nur der Nils. Okay. Das Ding ist halt, ich wollte schon am Anfang nicht der Wirklichkeit das anstehen, weil er auf Kapuze geschossen hat, aber ich wollte einen Dado erschießen, damit die Schaukel losgelassen hat. Du hast mich gelöst. Was ist das? Warum? Weil du die Schaukel in der Hand hattest und wenn du die losgelassen hättest, wäre Kapuze noch ein Stück gestorben. Ey, ey. Personal Space Bill. Das ging aber besser, du musst investieren. Vorsicht, seit wann kommen hier denn Züge? Wieso habe ich Schaden bekommen? Seit wann? Die Tür ist hier nicht rein. Weil du im Weg standen bist. Ich renne immer auf der Seite. Ey, Julie, du bist das nicht. Nein, die Tür war das. Die Züge sind übrigens eine Traitor-Falle, ne? Ja, weil ich hier langlaube. Wenn du die Hand in der Mitte drückst, kommen die Züge einmal. Du lügest. Grants. Grants. Die Züge sind eine Traitor-Falle. In der Mitte der Schienen ist die rote Hand. Dann kommen die einmal. Ich habe gedacht, die kommen alle ein paar Minütchen. Ey, Nils. Nein, die muss aktivieren. Nils, du wolltest doch schon. Hey, nee, doch, die kommen hier wirklich. Ach, ey. Und warum ist Julie dann tot? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Sie war immer zu weit. Ich habe doch nicht gehört, weil ich auch. Monster kommt hinten, die leider hochgeklettert. Okay. Das, Leute. All die Stompse. Das war ich nicht. Natürlich. Sie wurde erschossen. Ey, wer auf mich schießt. Wer auf mich schießt Eisley, der ist der Schoen. Ab, 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 ab. Ab, 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 ab. Wer sich töte, kriegt mein Fate ab. Da hinten wurde jemand erschossen. Hier hinten. Hier hinten. Hier ist links hinter dem Haus. Jawohl. Kratos weiter, da liegt die Leiche. Das Team. Ja. Na? Weg! Wer war das? Also Eisley ist hier tot. Ich geh schon, hast du gesagt, ich geh schon mal in die Bühne. Ich seh leider. Also komm mal. Also es könnte. Ich habe ihn umgebracht. Kapuzenwurm ist es. Warum? Wenn ich ihn umgebracht, ist es Kapuze. Okay. Ja, hier. Dann bin ich. Oh, es ist Zeit zu sterben. Oh, zu sterben. Ich bin safe. Zu sterben. Ja, stimmt. Du hast Bossa gejagt. Ja, das wäre ein Langsamer Fate gewesen. Ich bin nicht safe leider, aber ich habe Detectives gecallt. Ein Langsamer Fate. Hast du DNA? Jo. Du. Bossa war's. Bossa ist tot. Bossa ist tot. Hader getötet. Ja, Mann. Hader safe. Doro. Was ist mit dir? Ich habe Grants getötet. Doro hat ihn gekillt. Ich habe ihn gejagt. Marv, wir haben gerade eine Nade zu euch. Ja, dann könnte es Marv sein oder Kapuze, würde ich mal sagen. Marv oder Nils. Oder Nils. Oder Liquid. Oder Liquid. Wer hat überhaupt Nephi umgebracht? Äh, remove. Äh, Eisley? Ich nicht. Ja, das war's für ja nicht Eisley, weil die rede nicht. Oder die Juli. Eisley ist tot. Ja, ich. Aber ich kann dir ja trotzdem. Nee, nee. Für mich gekillt. Aha. Das ist Tautau. Hä? Ich bin Dete, du. Und warum hast du das nicht früher gesagt? Dete. Hab ich ja. Nee, hast du nicht. Hat das einer gehört? Was? Nö. Nix gehört. Was ist mit Tautau? Was ist mit Tautau? Dete, Goro. Na, das hat nichts zu bedeuten. Dete, Boy. Ja, ja, ja. Ich glaube, Marv ist es. Ich glaube, Marv ist es. Nee, es ist hier oben. Liquid Dagi Dug. Dagi Dug. Dagi Dug. Oh, voll die Beleidigung. Dagi Dug. Dagi Dug. Oh, wer hat es gesagt? Der war da. Das war. Dagi Dug. Dagi Dug. Dagi Dug. Leg mir das drin. Wo kann man das auch? Ja, hast du gemerkt. Das riecht gut. Ist es Dagi? Ist es Dagi Dug? Ich kann mich auch gar nicht mehr verstecken, weil... Dagi Dug. 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 Eier, Dagi Dug. Eier, weh. Purtサ Und Dave. Wie ist denn wieder los damit? Schau mal, Leute. Wir dachten... Tschüss, ciao.